Es gibt viele Legionen, und die Eiserne Legion ist die größte von ihnen. Doch in Aschfeld stand die Eiserne Legion kurz vor dem Unterkappen. Ihr Kommandant, Stone, brauchte eine Armee. Holden Cross schickte mich. Schwarzen Fels, wo bleibt unsere Verstärkung? Das bin ich. Ist das ein Scherz? Öffne das Tor. Führt uns an Schrauben, Held. Und da wird ein... Das musste ich ändern. Herzliches Willkommen zu der zweiten Folge von For Honor. Wir sind jetzt im zweiten Kapitel. Anscheinend gegen den Wiking. Na, okay. Die Front kontrollieren. Kröse Gegner, um deinen Kriegern zu helfen. Die Front zu verschieben. Wir kämpfen direkt wieder. Wir sind in der Schlacht. Wurden in der letzten Folge zur schwarzen Legion erwählt. Boah, es sieht so geil aus, ne? Boah. Pickups nutzen. Fangen wir zu unten. Das ist das, um heilen. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, jetzt froh, okay. Boah, ich habe kein Ausdauer. Ich habe kein Ausdauer. Ich habe kein Ausdauer. Ja, okay. Danke dafür. Boah. Da können wir sehr ein bisschen ausdauert haben. Boah, ich liebe Sende, die nach vorne... Ja, jetzt so. Das ist schon schief. Das ist ein Wikingang in diese Kämpfe. Okay. Oh, okay. Da ist ein etwas größerer. Und zeigen wir, was du kannst. Okay. Das ist ja so. Wir mussten die Flanken zurückerobern. Drei Zonen erobern. Okay, wir sind jetzt rumerobern. Kommt her. Boom. Boah, wie wir einfach da durchmarschieren. Ich glaube, am Ende von dem Spiel werden wir dann so... Obwohl, ich glaube, bei jedem Kapitel müssen wir... Ja, müssen wir eigentlich theoretisch im Anderen spielen, ne? Boah, ey. Das sieht so geil aus. Ah, da haben wir zwei. Die Eiserne Legion geht auf eine sehr viel ältere Kultur zurück. Ein antikes Imperium. Angeführt von Zenturionen, die angeblich bei der Zerstörung unterliegen. Sie sind nicht untergegangen. Ich hatte sie nicht. Okay, da war auf jeden Fall noch eins. Ey, es kommt da unendlich, oder? Äh, es kommt da nur... Dann füllen die noch auf jeden Fall nochmal alle um. Okay, dankeschön. So, da war auf jeden Fall so eins. Oh, äh... Okay. Gut gemacht. Was ist das da oben? Okay. Nur selten, das Volk, das unter ihrem Krieg leidet. Die Vertriebenen, die Ermordeten, die Verhomaten. Ich finde sie... Stimme von ihr, richtig geil. Diese Nektion passt echt gut. Vergesslich. Weil ich hier so... Früher die Zeit, ey. Ja, aber so eine Weichung. Perfekt. Was machst du denn hier? Auf... Was ist mit der? Wie kann... Wieso ist das so schnell? Wir müssen alle Wikinger töten und die Garnison erobern. Ah, perfekt. Habt ihr Angst? Die Garnison hilft uns Verstärkung zu sein. Perfekt. Was geht denn da unten? Wer ist so geschickt? Was soll das? Ich glaube nicht. Ey, wir sehen uns noch an. Kettenangriffe. Angriffen mit dem richtigen Timing verfügen über vernünftige Animation. Drück Option, um die Aktionsliste deines Helden zu sehen. Na, wir können mal gern schauen. Aktionsliste. Ähm, Aktion im Deckung Modus. Oh Gott, was ist das denn? L3. Nicht in Deckung Modus. Was sind denn diese Deckung? Was ist denn in Deckung Modus? Das würde ich gehen müssen. Schützer hat gestoßt. R1, R1, 3. Wir probieren es mal. R1, R1, 3. R1, R1, 3. R1, 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 R2. Oh Gott. Das sah auch immer gut aus. Would you like the card? Wir können ein Dream of ja. Was ist das denn? Feuert. Tschüss. wir haben ja auch so fähigkeiten hause so kalt diese stellung hilft und schützen das kärfer fällt geht es auch so ein hilfe zählen wir auf jeden fall mit oh mein gott wie geil aber der kanone wenn man doch okay ich will das herrliche unsere eigene anschließen die hohe spiel ich verstehe dieses dreieck und so nicht komm her kommt her Töten sie immer alle. Der will stärker sein? Okay. Okay, wir gehen weiter. immer ja ist gut ich habe diese frau sehr stärker als die männer so schnell das meint ich genau das meint ich wir müssen die wikinger beseitigen um die stellung einzunehmen ja auch wieder nach unten wir waren im vorteil es brauchte nur noch eine letzte anstrengung schön drauf schießen lassen auch zwar von uns paar kollegen aber die überlebt er ist das gesehen ist ja irgendwie zu ihm hin gesprintet wird hier nochmal mache ich das ist auf jeden fall die schlechte angriff sie sind da auch wie sie an den fall Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. ich würde mich kämpfen so sicher war es ja schlecht tja war wohl nichts für das war unser freund nicht schlecht schwarzen fels das war schon also ihr seht nicht mit uns und geächtig lang aber wenn wir so eine zweite machen würden ich weiß ja nicht aber ich würde sagen ich mache ich mache meine ich habe es ist irgendwie es ist übersichtlich auch so die folgen so vor horner kapitel 1 2 und so zum beispiel so meint es auch glaube ich also manches auch egal leider es ist zwar ist glaube ich nur zehn minuten knapp aber ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn ja lasst gerne leichter und auch und aktiviert ich glaube die keine videos mehr verpassen wir sind übermorgen bei der folge von voran bis dahin bleibt gesund und